Niklas Ickberg ist ein schwedischer Handballspieler. Karriere Der 1,91 Meter große und 96 Kilogramm schwere rechte Außenspieler stand bis zum Jahr 2010 beim schwedischen Verein Østadz FHF unter Vertrag. Mit Østad spielte er im EHF Challenge Cup. Seit Sommer 2010 lief Ickberg für den dänischen Erstligisten AG Köbemhaun auf, mit dem er 2011 und 2012 die Meisterschaft gewann. Nach der Insolvenz von AG Köbemhaun im Juli 2012 war Ickberg vertragsfrei und unterschrieb zum Beginn der Saison 2012 Dreizehntel beim THW Kiel einen Vertrag. Bis 2015, den er 2014 bis 2018 verlängerte. Mit dem THW gewann er 2013 den DHB-Pokal sowie 2013, 2014 und 2015 die Deutsche Meisterschaft. Niklas Ickberg absolvierte bislang 108 Länderspiele für die schwedische Nationalmannschaft, in denen er 445 Treffer erzielte. Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London gewann er mit Schweden die Silbermedaille und wurde mit 50 Treffern Torschützenkönig. Erfolge Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2012 Bundesliga-Bilanz Bundesliga-Bilanz